Sehr gut, sehr schön, dass wieder alle da sind. Wir kommen jetzt zur zweiten großen Runde und ich begrüße Tanja Carstensen von der LMU München. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Hört man mich gut? Mikros an, ne? Ja. Ich habe jetzt vorhin beim allerersten Vortrag von Armin Hasseh mir die ganze Zeit schon überlegt, wie ich den Witz jetzt einbaue, dass sozusagen die Nikoläuse nicht fester Bestandteil der Formatvorlagen der LMU... Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier heute vortragen darf und bin auch sehr gespannt auf die Diskussion, bin sehr gespannt sozusagen, wie meine Argumentation, die ich gleich vorstellen möchte, funktioniert. Und es wurde ja auch schon angekündigt, dass ich jetzt sozusagen der erste Vortrag dann auch bin, der nicht mehr explizit systemtheoretisch arbeitet. Das ist ja tatsächlich gar nicht. Ich möchte starten mit so ein paar Zitatschnipseln, die ich gar nicht vorlesen möchte, die Sie vielleicht, wo Sie kurz das Fett gedruckte kurz scannen können, nur damit Sie wissen, wo ich starte. Denn eines, damit möchte ich anfangen, lässt sich zurzeit festhalten. Die Digitalisierung erzeugt sehr viel Aufregung, auch in der Soziologie, also ja auch in Politik und Öffentlichkeit. Und es mangelt überall, aber auch in der Soziologie nicht an Großprognosen, wie Sie hier unter anderem sehen können. Und ich möchte, das vielleicht auch dazu gesagt, diese Texte gar nicht vorführen, weil wenn Sie meine eigenen Texte lesen, werden Sie merken, dass ich auch gerne solche Formulierungen verwende, weil die sich natürlich im Moment sehr gut eignen lassen, um die Relevanz des eigenen Forschungsthemas zu begründen. Ja, was aber deutlich wird, ist, dass es viele Diagnosen gibt, die von einem tiefgreifenden Umbruch umgehen. Das ist auf soziologischen Tagungen im Moment oft zu hören und damit verbunden ist auch, und das ist ja auch ein bisschen der Anlass für die Tagung, die Frage oder die Diagnose, dass die Soziologie nicht ausreichend auf die Digitalisierung vorbereitet sei. Insbesondere fehlen ihr die Theorien, um die Neuartigkeit und den grundlegenden Charakter der Transformation zu analysieren. Und ich würde, das ist wie gesagt auch ein bisschen ein Versuch, im Folgenden argumentieren, dass die Soziologie eigentlich sehr gut vorbereitet ist, um die Digitalisierung zu verstehen und keinesfalls neue Theorien braucht, sondern eigentlich vielfältige Konzepte und Theorien bereits vorliegen hat. Es ist ja zum einen eben umfangreiche Theorien, die sehr gut, wie ich finde, an die zeitdiagnostischen Digitalisierungsanalysen sich anschließen lassen und zum anderen aber auch eine lange Tradition techniksoziologischer Arbeiten, die allerdings, und da ist auf jeden Fall ein Desiderat, noch intensiver in die soziologischen Theorien aufgenommen werden könnte. So zumindest mein Eindruck. Und ich möchte explizit an die eine Frage aus dem Call for Paper anschließen, nämlich inwiefern das Phänomen der Digitalisierung überhaupt als ein Gegenstand der soziologischen Theorie beziehungsweise im Rahmen von Sozialtheorien entfaltet werden kann. Und daran anschließend möchte ich die These entwickeln, dass die Digitalisierung weniger als ein eigenes Phänomen mit ganz eigenen Effekten verstanden werden sollte, sondern dass die Digitalisierung vielmehr nur eine materielle Seite von ganz vielen gesellschaftlichen und mehr oder weniger bekannten gesellschaftlichen Phänomenen untersucht werden kann, die wir eigentlich auch schon länger kennen. Also ich arbeite empirisch sehr viel zur Arbeitssoziologie, Geschlechterforschung und Technik, Internetsoziologie, das lässt sich dann sehr gut zeigen an Beispielen wie Entgrenzung, Vermarktlichung, Beschleunigung oder Selbstökonomisierung, wo die Technologien dann eben, also möchte ich dann einfach verstehen, nur als materielle Seite von gesellschaftlichen Ausprägungen und Entwicklungen, die wir beobachten können. Und dass die Soziologie thematisch, theoretisch sehr gut aufgestellt ist, möchte ich exemplarisch an dem Thema Handlungsfähigkeit zeigen. Das können wir auch diskutieren, ob es sozusagen mit anderen Themen genauso gut funktionieren würde, aber ich möchte es eben an dem Thema aufblättern, da die Frage nach menschlicher Handlungsfähigkeit und wie diese sich im Moment im Kontext der Digitalisierung verändert, oftmals implizit, aber doch sehr zentral in soziologischen Digitalisierungsdebatten verhandelt wird. Dafür werde ich im Folgenden, das ist so ein bisschen jetzt der Ablauf, zunächst auf einige einschlägige Debatten der soziologischen Digitalisierungsforschung verweisen und daran deutlich machen, inwiefern diese zu dem Ergebnis kommen, dass die Handlungsfähigkeit durch Digitalisierung herausgefordert wird und danach auch sehr sozusagen sehr skizzenhaft verschiedene Theoretraditionen kurz nennen, um zu zeigen, dass die eigentlich ganz ähnliches Verständnis von Handlungsfähigkeit haben und dann am Ende noch ein bisschen techniksoziologische Ergänzungen machen, um sozusagen zu zeigen, was wir eigentlich alles haben, um die Digitalisierung und die damit verbundenen Phänomene zu verstehen. Ja, ist die Handlungsfähigkeit oder die Theoretisierung von Handlungsfähigkeit durch die Digitalisierung herausgefordert? Die Frage nach Handlungsfähigkeit stellt sich meiner Meinung nach in vielen aktuellen Analysen soziologischer Internet- und Digitalisierungsforschung zurzeit mit einer vermeintlich neuen Relevanz. Hier sind zum einen, ich habe das auch interessant, finde ich sozusagen auf der positiven Seite erstmal nur einen Spiegelstrich, weil die positiven Diagnosen, finde ich, nach diesen Internet- und Social-Media-Wellen jetzt mit der Digitalisierungsdebatte ein bisschen abgenommen haben, sind aber auch wirklich nur Schlaglichter und auf keinen Fall vollständige Listen. Zum einen, ja, in der Social-Media-Forschung ja sehr deutlich diskutiert wurde, dass die sozialen Medien, Internet-Chancen und Potenziale für Demokratisierung, Partizipation, Vernetzung und kritische Gegenöffentlichkeiten bieten. Und so hat zum Beispiel Münker 2009 schon formuliert, dass er in den sozialen Medien eine Bereicherung unserer Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten sieht. Also hier eher eine Vergrößerung von Handlungsfähigkeit implizit. Der empirische Gehalt dieser Einschätzung zeigt sich ja zum Beispiel an den Reichweiten von Twitter-Kampagnen wie Aufschrei oder MeToo, bei denen aus, mit Fraser gesprochen, subalternen Gegenöffentlichkeiten-Themen in hegemoniale Öffentlichkeiten gelangen. Das könnte man sozusagen als Ausweitung von Handlungsfähigkeit verbuchen. Genau, und gleichzeitig kommen soziologische Debatten, die sich auf Digitalisierung beziehen jetzt in den letzten Jahren, eher zu negativeren Einschätzungen, wenn es auch um die Frage von Handlungsfähigkeit geht. Gründel hierfür sind die scheinbare Handlungsmacht von Bots, Robotern, haben wir auch schon ein bisschen gehört, Plattformen und Algorithmen, auch die Macht- und Monopolstellung der Internetkonzerne, Big Data und auch Industrie 4.0, jetzt in der Arbeitssoziologie zum Beispiel, der als wirkmächtiger und mit sehr massiven ökonomischen Mitteln vorangetriebener Prozess betrachtet wird. Und hier werden sehr vielfältige Einschränkungen menschlicher Autonomie und Eigenständigkeit beobachtet, Zunahme von Kontrolle, auch Manipulation, Disziplinierungsmechanismen, sowie eine Intensivierung ökonomischer und politischer Machtverhältnisse. Ich habe so ein paar Autoren und Autoren mitgebracht, an denen ich das noch mal ein bisschen genauer illustrieren möchte. Zum Beispiel arbeitssoziologische und kapitalismuskritische Arbeiten weisen auf neue Formen betrieblicher Herrschaft und Kontrolle durch digitale Technologien hin, die die Autonomie der Beschäftigten in der Industrie 4.0 durch engmaschige Überwachung auf ein Minimum reduzieren. Interessante Beispiele sind hier zum Beispiel die von Stab und Nachtweih untersuchten Handscanner bei Amazon. Texte in der Tradition postmarxistischer Theorien und immaterieller Arbeit weisen zum Beispiel auf den Aufwand und auf den ausbeuterischen Charakter der Arbeit, die von UserInnen unbezahlt auf sozialen Netzwerken geleistet wird hin. Pasquale sieht insbesondere Bequemlichkeit als Grund dafür, dass Entscheidungen an kostenlose Internetservices und Algorithmen abgegeben werden und sich viele von diesen die Welt organisieren lassen, womit die Technologien jetzt also Entscheidungen treffen, die dann für die Individuen nicht mehr nachvollziehbar sind. Pridat rechnet mit einer grundlegenden Veränderung menschlichen Handelns, also eher sehr explizit dazu, dass Handlungsfähigkeit sich verändert, wenn auf Grundlage von Datenerfassungen und Auswertungen Vorhersagen darüber möglich werden, was NutzerInnen als nächstes tun werden und diese dann statt wie vorher noch zu planen und zu urteilen nur noch reflexhaft auf algorithmenbasierte Handlungsvorschläge reagieren. Ein Zitat dazu, Wir können nicht mehr mit der distanzierten Rational-Choice-Urteilsmechanik arbeiten, bei der das freie Subjekt die Dinge objektiv aussucht, sondern das Produkt sucht sich bereits selber den Käufer. Mao verweist auf die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheiten durch datenbasierte Ratings und Rankings, die dann ebenfalls dadurch, dass sie eben unterschiedliche Handlungsspielräume sozusagen ausrechnen, die Handlungsmöglichkeiten begrenzen. Und Maaßen argumentiert, dass wir durch die zunehmende Verdatung, Informatisierung und Medialisierung als Individuen, Zitat, immer stärker in die technologische Ökologie eingewoben werden, in der Subjektivität zunehmend über die Interaktion mit technologischen Objekten hergestellt wird, die dann nur noch wenig mit Souveränität und Verfügungsmacht zu tun haben. Das nur so ein, wie gesagt, schlaglichtartiger Überblick. Damit kommen wichtige Teile aktueller digitalisierungssoziologischer Analysen zu dem Ergebnis, dass Autonomie- und Handlungsspielräume enger und eingeschränkter werden, menschliche Entscheidungen weniger selbstständig getroffen werden und sich Machtverhältnisse verschärfen. Manipulation und Fremdbestimmung durch Technik nehmen zu. Ohne Zweifel identifizieren alle diese Analysen markante Charakteristika digitaler Technologien und liefern auch wichtige Zeitdiagnosen. Allerdings wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass viele, so meine Meinung, der aufgeworfenen Fragen hier keinesfalls neu sind und in soziologischen Theorien eigentlich als Grundfragen schon lange enthalten sind. Denn, wenn wir einen Blick werfen in die soziologischen Theorien und fragen, was ist da Handlungsfähigkeit, wird zunächst erstmal deutlich, dass die Soziologie als Grundfrage hat, wie sich Handeln konstituiert, was es motiviert und antreibt. Das ist zentral und auch schon immer gewesen. Und Handeln wird dabei weder als instinkthaft, völlig determiniert oder rein zufällig betrachtet, aber eben auch so gut wie nie als rein autonom verstanden. Handlungsfähigkeit möchte ich noch ein bisschen spezifischer fassen, und zwar als Handlung, die sich nicht ohne weiteres den Anforderungen und Zumutungen der Gesellschaft fügen, die Gestaltungsspielräume nutzen, vergrößern, die auch eigensinnig oder widerständig sein können, und die Versuche unternehmen, gesellschaftliche Verhältnisse zumindest ein Stück weit in Frage zu stellen oder zu verändern. Und auch diese Fragen prägen viele soziologische Überlegungen und Konzepte. Denn letztendlich geht es hier um ganz klassische, und jetzt komme ich, vorhin habe ich ja die Dichotomien zu überwinden eingefordert, aber doch auch wieder zu den klassischen Dualismen der Soziologie, nämlich Handlungsstruktur, Voluntarismus, Determinismus, Autonomie, Kontrolle, Freiheit, Zwang, Beharrung, Wandel, Empowerment, Unterwerfung. Also es geht um ganz viel grundlegende Fragen, die die Soziologie ja immer wieder auch behandelt. Und grundlegend ist in der Soziologie der Gedanke, dass Handlungsfähigkeit natürlich durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt, begrenzt und konstituiert wird. Also zweifelsohne ist das Handeln nicht frei, war es auch vor der Digitalisierung nicht. Denn vielmehr stehen die gesellschaftlichen Bedingungen, Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Strukturen, Normen, Regeln, Rahmen, je nach Theorie, genauso wie die Algorithmen und die Bots, obwohl sie von Menschen gemacht, wurden und von ihnen auch aufrechterhalten werden, diesen oftmals als starr, unveränderbar, unhinterfragbar, handlungsbegrenzend und objektiviert gegenüber. Denn, und nun kommen, so ähnlich wie eben, nochmal so Schlaglichter auf verschiedene Theorien, die das unterschiedlich konzipieren, aber ich möchte sozusagen die Bandbreite deutlich machen, die Individuen gestalten, zwar Gesellschaft, wie Marx es formuliert, machen ihre eigene Geschichte, aber nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen, überlieferten Umständen. Ähnlich betont auch Simmel die Prozesse der Entfremdung durch die zunehmende Arbeitsteilung und die Geldwirtschaft, die dazu führen, dass die Individuen diese von ihnen ja selbst geschaffene Kultur dann aber als objektive Macht wahrnehmen. Weber beschreibt die handlungseinschränkende Macht dieser Objektivierung zum Beispiel an Prozessen der modernen Bürokratie, spricht von stahlharten Gehäusen. Mills stellt zudem fest, dass soziale Ordnungen, das ist nochmal ein bisschen schärfer formuliert, finde ich, oft Instrumente der Tyrannei und der Manipulation sind, die dazu dienen, dem Menschen jede Chance auf Vernunft und jede Fähigkeit zu freiem Handel zu rauben. Und auch die von Goffman beschriebenen Rahmen begegnenden Individuen oftmals als scheinbar unveränderbare soziale Tatsachen, ebenso wie Berger-Luckmann oder Schütz von Typisierungen sprechen, die zwar durch individuelle Deutungsleistungen und Interpretationen entstehen und von Menschen eben auch gemacht sind, aber durch Verfestigungen als fraglos gegebene Deutungsschemata dann als etwas, was außerhalb ihres eigenen Einflussbereiches existiert. Ein weiteres wichtiges Argument soziologischer Theoretisierung von Handeln ist zudem, dass die Verhältnisse individuell nicht zu überblicken sind und auch nicht intendiert verändert werden können. So schreibt zum Beispiel Giddens oder geht davon aus, dass Gesellschaft und Geschichte nicht bewusst steuerbar ist, nicht bewusst gestaltbar ist, sondern, Zitat, sie entzieht sich beständig den Anstrengungen, sie unter eine bewusste Führung zu bringen. Also worauf will ich hinaus? Es wird deutlich, es gibt sehr viele unterschiedliche Theorien, auch aus sehr unterschiedlichen Phasen der Soziologie, die schon immer und nicht erst durch die Digitalisierung davon ausgehen, dass die Verhältnisse den Individuen objektiviert gegenüberstehen, nicht zu überblicken sind und dass die Individuen nicht frei sind, auch nicht frei in der Entscheidung sind und dass sich Verhältnisse, die Verhältnisse innerhalb derer sie handeln und entscheiden ihnen irgendwie umfänglich bewusst sein können. Gleichzeitig sind die Individuen aber auch keine Marionetten oder bloße Ausführungsgehilfen, denn gerade in der Anpassung oder Unterwerfung, in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft entsteht dann erst die Ermöglichung von Handeln und Handlungsfähigkeit. Auch das haben viele Theorien ja ausgearbeitet und sozusagen die empirische Evidenz dafür ist und das ist etwas, wozu ich selber tatsächlich auch viel geforscht habe, ist, dass sich sehr viele individuelle und kollektive Praktiken empirisch identifizieren lassen, die versuchen, Handlungsfähigkeit in der digitalen Gesellschaft zu behaupten, zu vergrößern, zurückzugewinnen und Handlungsspielräume zu nutzen. Beispiele wären individuelle Datenschutzpraktiken oder die Nichtnutzung bestimmter Dienste, Protest oder Petitionen gegen diskriminierendes Design von Plattformen oder Algorithmen, Kämpfe um Inhalte in Wikipedia, Desinteresse von Beschäftigten gegenüber unternehmensintern eingeführten Social-Media-Plattformen, die einfach als nutzlos erscheinen zum Beispiel, oder auch subversive Nutzungsweisen und Arbeitskämpfe von Plattformarbeiterinnen, dazu wird ja im Moment auch viel geforscht, die sich der engmaschigen Kontrolle und Steuerung ihrer Arbeitsleistung versuchen zu entziehen. Das, wie gesagt, sind auch nur so Ausschnitte. Und digitalisierungssoziologisch stellt sich dann die Frage, ob diese Praktiken angesichts der Übermacht, der Konzerne und der Ubiquität der Technologien und all dem, was ich eingangs an soziologischer Digitalisierungsforschung skizziert habe, ob diese Praktiken überhaupt einen Effekt haben können oder ob die wirkungslos verhallen quasi. Und auch dies lässt sich, nicht unbedingt beantworten, aber zumindest mit soziologischen Theorien gut diskutieren. Deswegen nochmal sozusagen das Argument, die Soziologie hat da ganz viele Theorien, um genau diese Fragen zu untersuchen. Zum einen schärfen viele soziologischen Theorien den Blick dafür, dass es zwar kein außerhalb von Machtverhältnissen geben kann, dass aber die Handlungen der Individuen dennoch nicht bedeutungs- oder wirkungslos sind. So ist Handlungsfähigkeit zum Beispiel bei Gibbons die Fähigkeit, in der, wie er sagt, Doree des Alltagslebens einen Unterschied herzustellen. Zitat, in der Lage zu sein, anders zu handeln, bedeutet, fähig zu sein, in die Welt einzugreifen beziehungsweise einen solchen Eingriff zu unterlassen, mit der Folge einen spezifischen Prozess oder Zustand zu beeinflussen. Auch Foucault zum Beispiel interessiert sich in seinen Gouvernmentalitätsstudien für die Frage, wie es möglich wird, nicht dermaßen regiert zu werden. Und Butler argumentiert für eine Vorstellung von Handlungsfähigkeit jenseits von Autonomie und Souveränität. Handlungsfähigkeit entsteht auch da nicht außerhalb, sondern inmitten von machtvollen Diskursen. Sie spricht von einem post-souveränen Subjekt, das ist vielleicht für die digitale Gesellschaft auch ein ganz gutes Bild und kann innerhalb dieser aber durchaus Veränderungen bewirken, also die Verhältnisse leicht variieren, verschieben. Hier werden natürlich auch noch ganz viele weitere zu nennen, das aber auch nur so als kleiner Einstieg sozusagen, oder um das Argument zu stützen, dass die Soziologie auch für diese Frage, wie wirkungs- oder bedeutungsvoll sind jetzt die Praktiken der Individuen in der digitalen Gesellschaft, dass es dafür genügend Handwerkszeug gibt. Das heißt, das sind alles, also so mein Argument, das sind alles keine neuen Themen, die durch die Digitalisierung aufgeworfen werden. Charakteristisch ist nun aber, dass diese Verhältnisse zunehmend technisiert sind. Dementsprechend ist es in gewisser Hinsicht bemerkenswert, dass trotz der Digitalisierungsaufregung, wie ich sie am Anfang genannt habe, bis heute viele soziologische Zeitdiagnosen ohne Technik als wirklicher Kategorie auskommen. Dieser umfassende Veralltäglichungsprozess digitaler Technologien konstituiert viele Entwicklungen der letzten Jahre ja massiv mit, wie zum Beispiel eingangs angedeutet Entgrenzung durch mobile Technologien zum Beispiel, oder Selbstökonomisierung, Präkarisierung durch Plattformen und so weiter. Also es gibt ja ganz viel der gesellschaftlichen Prozesse, die wir beobachten können zurzeit, die maßgeblich mit durch Technik gestützt werden, mit konstituiert werden, ohne dass sich das aber ausreichend in soziologischen Analysen wiederfindet, so mein Eindruck. Auch wenn wir nicht mehr unbedingt von einer Technikvergessenheit der Soziologie sprechen können, wie Rammert das noch in den 90er Jahren getan hat, fällt dennoch auf, dass viele Prozesse gesellschaftlichen Wandels der letzten Jahre in der Soziologie immer noch weitgehend technikfrei untersucht wurden und werden. Statt also zu fragen, ob es für die Analyse der digitalen Gesellschaft neue soziologische Theorien braucht, würde ich vielmehr dafür plädieren, die vorliegenden techniksoziologischen Konzepte stärker zu berücksichtigen und an die soziologischen Theorien und die soziologischen Zeitdiagnosen anzudocken quasi und dabei Technik richtig ernst zu nehmen. So ein bisschen auch wie Anna Henkel das ganz am Anfang in einem Kommentar schon eingefordert hatte, dass die Materialität von Technik wichtig ist. Also das eine ist ja, das können wir vielleicht später auch noch mal diskutieren, das eine ist ja die Frage, was ist eigentlich dieser Digitalisierungsbegriff und inwiefern spielt er überhaupt, also was da eigentlich auch für ein Technikbegriff dahinter. Mir würde es darum gehen, dass wir tatsächlich die konkreten Technologien, die jeweils dann in den einzelnen Prozessen relevant sind, auch in ihrer Materialität und als einzelne Dinge ernst zu nehmen und sozusagen diesen Digitalisierungsbegriff vielleicht auch eher als so ein Diskurs- und Prozessbegriff zu verstehen. Aber das vielleicht nur am Rande. Und jetzt sozusagen, um noch mal zu gucken, was die Techniksoziologie eigentlich so bietet, da finde ich zum Beispiel wichtig, sozialkonstruktivistische Ansätze der STS, die bereits in den 80er Jahren ein Verständnis von Technologien als Vergegenständlichung gesellschaftlicher Verhältnisse etabliert haben. Hiernach ist Technologieentwicklung und Verbreitung immer eingebunden in gesellschaftliche Machtverhältnisse und kann als Ausdruck und Materialisierung dieser verstanden werden. Und wie ich bereits eingangs angekündigt hatte, möchte ich da die Digitalisierung weniger als an so ein eigenes Phänomen mit eigenen Effekten verstehen, sondern eher eben als in diesem Sinne der sozialkonstruktivistischen Ansätze, materielle Seite gegenwärtiger soziale Phänomene, für die quasi dann sich nur die passenden Technologien entwickelt haben. Es ist, glaube ich, da gibt es schon auch Parallelen zu der Frage von Armin Nasseh mit dem, wofür ist die Digitalisierung, auf welches Problem ist das eigentlich die Antwort? Wobei ich halt das schon noch mal so, also noch grundsätzlicher, glaube ich, sagen würde, die Technologien entstehen damit gleichzeitig quasi. Genau, so wäre zum Beispiel, um das kurz anzuwenden, bei der Frage oder bei der Analyse von Digitalisierung organisierten Kontrollmechanismen im Arbeitsprozess, eher die Frage, was sind das für neue Formen betrieblicher Herrschaft, was sind das für neue Formen von Arbeitsorganisationen und welche Technologien stützen das wie ab? Und das aber nicht als eine Folge von Digitalisierung zu diskutieren, wie das meiner Meinung nach im Moment oft passiert. Techniksoziologische Theorien weisen seit Jahren zudem auch auf die handlungstragende und Handeln mitkonstituierende Rolle von Technik hin und seit den 90ern ist ja zudem durch die Rezeption der Akteurnetzwerktheorie diskutiert worden, inwiefern auch Dinge, Materialität, Natur und Technik am Handeln und an Gesellschaft beteiligt sind und diese auch selber mithandeln, was ja angesichts dann Bots und Robotern auch kein neuer Gedanke ist und es ist so, um das ein bisschen einzuschränken, dass sie sagt, die Soziologie berücksichtigt das zu wenig, natürlich hat es einen gewissen Material Turn gegeben, der sich ja zumindest auch in zum Beispiel Praxistheorien niedergeschlagen hat, die ja auch sehr stark machen, dass Körper und Artefakte konstitutive und notwendige Bedingungen für Handlungen sind. Also es ist nicht so, dass die soziologische Theorie das Technik gar nicht berücksichtigt, aber es ist sozusagen immer noch ein Nachholbedarf, würde ich sagen. Und dann sozusagen, um das abzurunden für die Handlungsfähigkeit, finde ich zudem sehr instruktiv userzentrierte Ansätze der Science and Technology Studies, die sehr stark die Macht der User und Userinnen betonen und sagen, die Anforderungen und die Skripte, die in Technik eingeschrieben sind, sind überhaupt nicht abschließend. Die Handlungsprogramme ermöglichen auch noch sehr viel sozusagen Varianzen, und bleiben, also Technologien bleiben flexibel und determinieren die Praktiken und Identitäten der Userinnen nicht abschließend. Damit wird deutlich, Fragen nach Autonomie, Souveränität, Handlungsmacht sind Grundfragen der Soziologie, die nicht erst durch die Digitalisierung herausgefordert werden. Viele soziologische Ansätze gehen davon aus, dass Individuen nicht oder selten autonom handeln und ihr Handeln ihre Entscheidungen und die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht überblicken. Handeln ist in vielen Situationen nicht bewusst, nicht intentional und hat unbeabsichtigte Folgen, ist aber auch nicht wirkungslos. Und Technik ist darin ein sehr wichtiges Moment. In diesem Sinne komme ich abschließend sozusagen dazu, dass ich gerne für eine Perspektive plädieren würde, die eben nicht diskutiert, ob die Soziologie neue Theorien braucht, sondern vor allem endlich Technik eben in ihrer Materialität und auch ihrer jeweiligen Spezifität systematisch als konstitutives Element inmitten der gesellschaftlichen Verhältnisse mit zu analysieren als Soziologie und als selbstverständlichen Bestandteil von Gesellschaft, Alltag und Handeln ernst zu nehmen. Also ich habe versucht, am Beispiel der Frage nach veränderter Handlungsfähigkeit aufzuzeigen, dass viele der mit der Digitalisierung als neu diskutierten Fragen eine lange Tradition in der Soziologie haben. Das heißt aber gleichzeitig auch nicht, dass die Digitalisierung gar nichts Neues bringt. Aber ich würde sozusagen den Blick dahin gerne verschieben, dass die Kontinuitäten möglicherweise größer sind, als dass wir von Disruptionen und Umbrüchen sprechen sollten. Für nüchterne Analysen, die dann eben auch nach Technologien differenzieren und die versuchen, Digitalisierung als Phänomen zu verstehen, mit einem Verständnis von Technik als materieller Seite von gesellschaftlichen Phänomenen, hat die Soziologie meiner Meinung nach jedenfalls ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank für den Beitrag. Als erstes gebe ich das Wort an Katharina. Ich habe mich jetzt ganz frech einmal auf die Liste gesetzt, weil sonst komme ich ja nie dran. In der Position der Moderatorin ist das immer so. Vielen Dank, Tanja, für den tollen Vortrag. Jetzt habe ich sozusagen ganz viel über das Handeln und über Handlung gehört. Und nun haben wir ein großes Plädoyer quasi dafür, dass wir sozusagen ausreichend analytisches Instrumentarium bereits besitzen, um das, was als Digitalisierung angesprochen wird, was auch immer das jetzt konkret sei, das wissen wir, glaube ich, schlichtweg einfach noch nicht, beobachten zu können, beschreiben zu können, analysieren zu können. Aber was mir gar nicht klar geworden ist, was verstehst du unter Handlung und unter Handeln? Also welchen handlungstheoretischen Begriff hast du eigentlich, wenn du dieses Plädoyer hältst? Ja, vielen Dank. Also ich bin schon sehr stark in der Praxistheorie verankert und würde das Handeln eben sehr stark auch von Körpern und Dingen getragen, mit Routinen und so weiter, so wie die Praxistheorie das eben konzipiert, denken. In dem Vortrag ging es mir jetzt aber tatsächlich gar nicht so sehr darum, was jetzt mein Handlungsbegriff ist, sondern ich wollte bewusst zeigen, was die Soziologie als Blumenstrauß quasi bietet, um sozusagen, je nachdem, wo man auch gerne ansetzen möchte, eigentlich ganz viele Antworten schon hat, um dieses, was ich auf dieser zweiten oder dritten Folie hatte, mit den ganzen Herausforderungen, die Handlungsfähigkeit, mit denen Handlungsfähigkeit konfrontiert ist durch die digitalen Technologien, was es für verschiedene Angebote gäbe sozusagen. Also das war tatsächlich eher so der Durchgang durch die verschiedenen soziologischen Theoriebereiche. Okay, also wäre die Antwort, dass dein Handlungsbegriff auch von der Praxistheorie, okay, alles klar. Ja, genau. Okay, vielen Dank für den Vortrag, dessen Plädoyer ich unbedingt teile, dass es wirklich wichtig wäre, stärker das in den Blick zu nehmen. Vertrag daran ist, dass ich den Eindruck habe, dass hier jetzt eigentlich lauter Texte angesprochen wurden, abgesehen von Haraway und A&T, die genau das Gegenteil tun. Also ich finde es verräterisch und relativ typisch eigentlich für die arbeitssoziologischen Zustände, immer Beschreibungen, immer zu sagen, wir müssen diese Materialität einbeziehen und genau das dann nicht zu tun. Und das erlebe ich jetzt hier auch wieder. Und gerade am Ende des Plädoyers gehe auf Orson Pinch und so. Ich liebe dieses Buch auch. Aber am Ende ist es genau das Gegenteil davon. Es zeigt nämlich auf, inwiefern eigentlich symbolische Routinen und Handlungen sich über dieses, was die eigentliche Leistung der Techniksoziologie ist, aufzuzeigen, wie beispielsweise in Prozessen von Verdinglichung und Machtkonzentration delegiert wird, also was Black Boxing heißt und was dann noch zur Verfügung steht und was nicht mehr zur Verfügung steht. genau das wird ja von diesen Texten sozusagen unterlaufen. Also das ist, und ich habe es endlich auch mal geschafft, mich zu melden, bevor der Vortrag zu Ende ist. Das ist nämlich der Trick. Also das war jetzt mehr ein Kommentar, wo ich auch gar nicht so richtig widersprechen kann, aber da würde ich vielleicht tatsächlich kurz in ein, wenn wir dürfen, in ein Zwiegespräch gehen. Aber es gibt doch, also ich meine, was die Techniksoziologie schon leistet, in Teilen, nicht alle, das würde ich auch sagen. Ja, okay. Okay. Vielleicht ist es auch was, also genauer nochmal in die Techniksoziologie zu gucken, wer da und was da jetzt genau geeignet ist, vielleicht nochmal ein anderer Schritt. Ich fand es jetzt nur so auffällig, dass wir einerseits halt diese große Aufregung um Digitalisierung haben, dass die soziologische, was ist Digitalisierung, und das nach wie vor in den soziologischen Theorien und in den Zeitdiagnosen konkret Technik so wenig vorkommt. Also diese, ja, also und dann ist die Frage, genau, welche technischen, soziologischen Theorien brauchen wir dafür? Vielleicht, Wahnsinn, ja, ist die Auswahl, die ich da kurz skizziert habe, dann auch gar nicht die richtige, aber trotzdem diesen Nachholbedarf erstmal deutlich zu machen. Sascha Dickel. Ja, danke. Ich knüpfe genau an diese Diskussion des Handlungsbegriffs an, weil die verschiedenen Ansätze, die Sie genannt haben, haben ja wirklich verschiedene Grade der, ja, der Bedeutung von Handlungsfähigkeit, von sehr, sehr, sehr schmalen Handlungsbegriffen bei Latour, wo Handlung letztendlich fast mit Wirkung verschmilzt, bis hin halt zu Handlungsbegriffen, die halt stark von einem autonomen handelnden Akteuren im Subjekt her gedacht sind. Und da würde ich doch mal von der Differenzierung plädieren, weil ja genau eine mögliche Disruption oder Diskontinuität ja darin bestehen könnte, was eben Armin als die handelnde Technik beschrieben hat. Also quasi, wenn, ist nicht was anderes, ist nicht eine andere Gesellschaft, die die Technik vielleicht zunehmend so etwas wie Handlungsfähigkeit zumindest zuschreibt. Also haben wir ja doch eine andere Situation, für die vielleicht dann bestimmte Handlungstheorien keine Antworten mehr haben. Also das wäre sozusagen das Argument, dass das jetzt tatsächlich das Neue ist, dass die Technik handelt. Oder dass man ihr Handeln zuschreibt. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, ja, ja. Ja, das könnte sein. Also ich würde gerne das Argument stark machen, dass aber diese Ohnmacht gegenüber, also dieses Nicht-Verstehen oder dieses menschliche Handeln inmitten von Verhältnissen, die eben nicht zu überblicken sind und wo ich auch nicht verstehe, was hinter der Technik steht. Und das verstehe ich vielleicht weniger als früher. Das, da würde ich mitgehen. Aber das ist ja auch was, was Gesellschaft insgesamt auszeichnet. Sie wird komplexer. Also und auch da finde ich, würde es wieder funktionieren zu sagen, die Technik ist auch nur die materielle Seite von anderen Prozessen, die komplexer werden. Und also da sehe ich nicht, dass die Technik jetzt die ist, die jetzt so neuartig ist oder diesen Bruch herbeiführt. Und dann eben sozusagen mit den soziologischen Theorien zu argumentieren und zu versuchen, letztendlich haben Menschen schon immer in Verhältnissen agiert, die nicht ganz zu durchdringen waren. Aber ja, trotzdem finde ich, also das macht ja Werner Rammert dann auch mit diesen Stufen. Natürlich hat sich Technik verändert und sie ist eben nicht mehr nur instrumentell. Sozusagen der hat ja diese Abstimmung mit interaktiv. Und natürlich hat die Technik auch eine Entwicklung vollzogen, die, also wo ich nicht sagen würde, das ist jetzt noch, das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt einen Algorithmus angucken oder ein Hammer. Das ist ja klar sozusagen. So, ich mache das mal einfach und gebe das Mikro weiter. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch darauf anschließen, eben diese Frage der verteilten Handlungstegerschaften, auch der Delegation. Da das jetzt diskutiert wurde, ist, würde ich noch gerne was anderes diskutieren auf einer Theorieebene, also eher eine metatheoretische Ebene. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihr grundlegendes Argument verstehe. Das ist doch irgendwie letztlich ein zirkuläres Argument. Also Sie benutzen sozusagen bestimmte soziologische Theorien, die sagen, wir brauchen eine neue Theorie und benutzen dann soziologische Theorien, um zu sagen, wir können das alles schon erklären. Also das ist doch, das dreht sich doch aus. In welcher Position müsste man sich eigentlich theoretisch befinden, um zu sagen, dass man eine neue Theorie bräuchte? Also wenn man das sozusagen immer ausgehend vom soziologischen Theoriebestand macht, also wüsste ich nicht, wie das Ihre Frage korrekt zu beantworten wäre. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage nach dem Standort, oder nach dem Ausgangspunkt, wo startet man. Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach vor allem sozusagen als ein Versuch sozusagen, die offene Frage oder auch den Ruf nach neuen Theorien und diese Haltung, die ich eben auch oft gerade auf Tagung gehört habe, die Soziologie braucht neue Theorien, mal andersrum zu prüfen, aber Sie haben recht, sozusagen die Frage ist, wo ist da der Standpunkt von dem aus, man das eigentlich sagen kann. Ja, vielen Dank für den Vortrag und ich habe auch eine Rückfrage zu Ihrem Argumentationsgang. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie ja eigentlich begonnen mit so einem relativ klassischen Handlungsbegriff, der eben Strukturen und Gesellschaft als das andere der Handlung markiert, also Structure versus Agency, im Paradigma des Homo Soziologicus bei Darendorf heißt es dann das Ärgernis der Gesellschaft, also das Einschränkende des Handelns und die Handlungsfähigkeit auf der Seite des Individuums verortet. Und dann sind Sie zu praxiologischen Ansätzen übergegangen, was ich natürlich grundsätzlich sehr sympathisch finde, bei der Ermöglichung des Handelns, interessanterweise, bei der Ermöglichung des Handlungspotenzials. Da kamen dann Giddens, Foucault und Butler ins Spiel und auch die techniksoziologischen Ergänzungen. Das finde ich alles sehr sympathisch, nur jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob Sie, Sie haben das hauptsächlich auf der Seite der Eröffnung und Ermöglichung von Handlungsspielräumen verortet. Und eigentlich geht es ja darum, eigentlich die Theoriesprache so weit zu öffnen, dass eine symmetrische Beschreibung möglich wird. Also eigentlich wieder gerade beides, das Einschränkende und das Ermöglichende der Technik gleichzeitig empirisch in den Blick zu nehmen. Und das wäre dann, denke ich, die nächste Aufgabe. Weiß ich nicht, ob Sie da jetzt zustimmen würden. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist so ein bisschen an der Dramaturgie sozusagen geschuldet, dass ich erst mal die ganzen Einschränkungen deutlich machen wollte und dann die Handlungsmöglichungen aufzuzeigen. Aber das stimmt natürlich sozusagen für eine gute Analyse ist es natürlich was Gleichzeitiges auf jeden Fall. Stimme ich zu. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Meine Frage würde sich nochmal direkt an die Materialität richten. Und Sie haben das ja leicht angedeutet, dass einzelne digitale Dinge dann eine Materialität haben. Aber würden Sie auch sagen, es gibt eine digitale Materialität und was könnte die dann sein? Also meine, sozusagen, ja, die Frage, ob Codes eine Materialität haben sozusagen, oder ist das, ja? Also ja, da würde ich schon mit einem weiten Materialitätsbegriff auch argumentieren. Also der wichtige Punkt ist dabei, finde ich sozusagen, wenn wir von Materialität sprechen oder das, was ich da einfordere, was fehlt in vielen soziologischen Theorien, da geht es mir nicht darum, dass man es wirklich konkret mit den Händen anfassen kann, sondern darum, dass es eine Wirkmacht entfaltet, die jenseits dessen, was wir sozusagen irgendwie immer als Soziales bezeichnen, sondern das, was dann festgeschrieben ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Algorithmen, Code und so weiter sind auch was Materielles und das Wichtige daran ist mir nur sozusagen, dass die Analysen tatsächlich mal richtig runterzubrechen auf, eben dann auf alltägliche Praktiken, in denen Dinge oder Algorithmen oder das, was am Bildschirm passiert, Bots, die dahinter stehen und so weiter, was das für Prozesse sind, was da für Praktiken entstehen in der Auseinandersetzung damit, anstatt irgendwie immer so groß von Digitalisierung zu reden, sozusagen. Das ist, glaube ich, so das Plädoyer. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Materialitätsbegriff, der nicht nur das Dinglich Anfassbare umfasst. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, schalte ich mich auch noch mal kurz ein. Also wirklich vielen Dank für diese spannende Diskussion. Und ich gehe auch noch mal an den Begriff der Handlungsfähigkeit. Weil die Handlungsfähigkeit, also für wen Handlungsfähigkeit? So wie ich jetzt sozusagen alles verfolge, auch vom Vortrag her, geht es um das freie Individuum, oder? Also das menschliche Individuum. Das menschliche, nicht das freie nicht. Ja, aber es ist schon ein Individuum, Das Individuum, ja. Genau, und das denken wir ja in unserer Gesellschaft grundsätzlich hat es den Leitwert, also der moderne Leitwert ist das freie Individuum. Ansonsten wäre auch die Frage der Handlungsfähigkeit ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man das sozusagen nicht als Prämisse voraussetzt. Nun glaube ich, dass wir aber trotzdem nicht genau sagen können, quasi was jetzt in diesem Prozess dessen, was wir Digitalisierung nennen, passiert. Und es könnte einfach schlichtweg sein, dass in 50 Jahren einfach diese ganze Idee vom menschlichen Individuum in der Form einfach nicht mehr notwendig ist und das einfach auch unproblematisch ist, dass es sozusagen nicht mehr vorhanden ist. Ja, das ist sozusagen hier kein Plädoyer dafür. Also ich möchte das sozusagen nicht irgendwie vertreten, nur ist das sozusagen, finde ich, ein Sachverhalt, der einfach in diese Diskussion mit reingehört, weil doch die meisten Beiträge in diesem sozialwissenschaftlichen Digitalisierungsdiskurs groß, also im Subtext man immer die große Angst um den Verlust des freien Individuums sozusagen lesen kann, was man implizit auch in diese Handlungsfähigkeitsprämisse quasi im Grunde genommen zumindest ein Umkämpftsein darum. Und wenn sozusagen diese Idee des freien Individuums, des menschlichen Individuums quasi obsolet werden sollte, die Soziologie aber traditionellerweise sozusagen sehr sozusagen in Mitte genau dieser Idee sozusagen selbst auch als Disziplin und sich Theoriebildung betrieben hat, dann brauchen wir neue Theorien. Also wenn das sozusagen obsolet wird, dann brauchen wir auch neue Theorien. Und ich verstehe immer nicht so ganz, wir hatten das ja immer so als sozusagen kurze Anekdote, im Sommer gab es sozusagen diese Generationstagung des jetzt soziologischen Theorien und das war ganz interessant, weil die jüngere Generation sozusagen, also die sogenannte jüngere Generation fiel auch für sozusagen, es geht ja nicht darum, dass man alle alten Theorien wegwirft, also einfach sagt, die taugen jetzt nichts mehr. Aber was spricht dagegen sozusagen auch einfach neue Theorien aufzunehmen, ja, also neue Ideen aufzunehmen. Also da würde ich doch sehr stark für plädieren. Und gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeit, dass das freie Individuum vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig ist als Leitwert. Ja, super, vielen Dank. Das ist sehr anregend, finde ich. Also zum einen würde ich aber sagen, also erstens sozusagen habe ich es natürlich auch überspitzt, weil ich sozusagen antworten wollte auf dieses, oh, wir brauchen neue Theorien und ich habe immer gesagt, wir haben ganz viel. Und ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Theorie Weiterentwicklung. Das ist ja klar. Und das andere ist aber tatsächlich die Frage, wenn in 50 Jahren die Situation eine andere ist, ist da trotzdem die Frage, also das ist so ein bisschen, haben wir das ja vorhin auch schon gesagt, braucht man dann neue Theorien für das neue Phänomen oder kann man die neuen Phänomene nicht auch eher mit alten Theorien auch erstmal ganz gut sehen? Natürlich muss man Theorien weiterentwickeln, aber das, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich da sagen, das ist zum Teil ja dann auch was, was empirisch untersucht werden muss mit dem Instrumentarium der alten Theorien. Wie gesagt, ich will jetzt, ich bin jetzt auch keine, wie habe ich ja gerade schon gesagt, keine, die sagt, wir bleiben jetzt hier theoretisch dastehen, wo wir sind, wir haben alles sozusagen, aber ich denke nicht, dass nur weil es sein kann, dass wir ein ganz anderes Individuumsverständnis im Alltag haben in 50 Jahren, so meint es ja, mit sozusagen umgeben von anderen, so könnte sein, gar kein Individuum mehr. Ja, dann genau, was schauen wir mal. Ja, ja. Ja, klar, ja. Ja, nehme ich auf. Auf jeden Fall, finde ich, ja. Okay, wir haben jetzt noch zwei Fragen, die eine von Daniel und die andere von Anna. Ja, auch von mir nochmal, vielen Dank für diese Perspektive. Ich habe mir ganz ähnliche Gedanken gemacht mit Berliner Kollegen unter dem Label Berlin Script Collective und wir hatten versucht zu argumentieren, dass sozusagen im Grunde Technik auch als eine weitere materialisierte Struktur gesehen werden kann, wie eben auch Sozialstruktur und die eben auch auf materielle Art dann Handlungsmöglichkeiten beeinflusst in Bezug auf Zwang oder Anreize oder Ermöglichungen und zwar positiv wie negativ, dass Möglichkeiten bestehen oder Möglichkeiten beschnitten werden. Und dann kommen wir aber im Grunde zu einer weiteren Frage, die wir zu nicht so ausgearbeitet haben. Was macht jetzt eigentlich bei Technik dann das Besondere der Digitalisierung? Das ist auch da, wo ich mich mit Jörg regelmäßig streite. Ob es da überhaupt Unterschiede gibt und wie die Unterschiede sind. Haben Sie dazu eine Antwort? Ja, ich würde auf jeden Fall da auch nochmal, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, glaube ich stark machen. Das funktioniert nicht mit die Digitalisierung sozusagen. Also das ist ja ein großer Unterschied, ob ich Social Media untersuche oder eine Industrie 4.0-Roboter. Also ich finde, dass genau diese Fragen funktionieren nicht mit diesem großen Begriff. Also da müssen wir, finde ich einen guten Gedanken, sozusagen Technik eben als auch so ähnlich, es ist ja auch so etwas Verhärtetes wie eben eine Sozialstruktur, da irgendwie die Parallelen zu suchen. Dann müssen wir genau gucken, also von was reden wir denn gerade und welche ermöglichenden Strukturen sind in der Technik und welche einschränkenden und so weiter. Das müsste man dann sozusagen, müsste man die Technologien einfach weiter differenzieren und dann kann man das aber, glaube ich, ganz gut, wie gesagt, es gibt in der Techniksoziologie ja schon auch Versuche, Technologien zu klassifizieren. Das müsste man dann tun, glaube ich. Dass man sagt, was ist daran das Neue, was ist auch, wie gesagt, was ist der Unterschied vom Hammer, zu einer E-Mail und dann zu einem Industrie-4-Null-Roboter oder der künstlichen Intelligenz. Also das ist ja nicht, also ich glaube, dass das mal systematischer zu klassifizieren oder das zu nehmen, was es dazu schon gibt und dann in solche sozialtheoretischen Debatten viel stärker zu berücksichtigen, wäre, glaube ich, lohnenswert. Okay, wir haben noch eine Minute. Also ich finde es einerseits total gut, dass man jetzt einmal so diesen Theorie-Überblick und auch diese Theorie-Diskussion hat. Mir erschien aber jetzt gerade auf zwei Ebenen die Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf, zu fehlen. Nämlich einmal, also Amin, du hast ja eigentlich einen dialektischen Ansatz in deiner Überlegung. Also da ist so, da muss in Gesellschaft was passiert sein und dann kann dann so etwas wie Digitalisierung entstehen. Also man setzt an das an, was man selbst und so weiter. So dieses Rekursive. Und deshalb, also ich finde das so ein bisschen, muss ich da jetzt eine Theorie bilden, darf sich eine Theorie bilden, gibt sich das Individuum auf, das lässt eigentlich genau diese dialektische Ebene, die die Soziologie ja ausmacht, gesellschaftliche Entwicklung, soziologische Theoriebildung, also der Marxismus, der dann doch überall so ein bisschen drin ist, im Prinzip weg. Deshalb, also ich glaube, es wäre wichtiger, statt zu gucken, gibt es denn die Theorien schon, zu schauen, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie kann Theorie das, was gesellschaftlich sich entwickelt, beobachten, beziehungsweise auch umgekehrt. Also diese, auf der Ebene fehlte mir Gesellschaft jetzt gerade und mir fehlte Gesellschaft auch auf einer, sagen wir mal, empirischen Ebene. Denn also, dass das Individuum kämpft ist, das ist ja nicht nur eine theoretische Frage, die sich jetzt mit Blick auf die Handlungsfähigkeit stellt, sondern das ist ja eine, also etwas, wo man, also wenn man es jetzt mal so plakativ sagen will, wo aus Richtung China sowas wie das Aufgehen des Individuums in einer planstaatlich- totalitären Formation, die auf uns ja im Prinzip zukommt, faktisch, einfach durch Marktmacht und so weiter, also durch globalisierte Zusammenhänge, wie man sie als Strukturen auch beschreiben kann. und auf der anderen Seite aus den USA im Prinzip einschwappt als so etwas tendenziell eher Ökonomisiertes, das stellt beides ein humanistisches Verständnis des Individuums, für das Europa ja irgendwie steht und was, ja, so im Prinzip in Frage und ich glaube, dieses Empirische, also was versteht man unter Individuum, auch gesellschaftlich, das wäre mitzudenken, wenn man diese Fragen so untersuchen will. Ja, finde ich, ja, aber sehr, nee, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall, also sozusagen zum Weiterdenken auf jeden Fall total wichtig, ja. Dann ganz herzlichen Dank nochmal. Danke auch, danke. 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 Danke.